Musik Alles klar, Runde Nummer 3 Wem, Junge? Oder, ne, schon 4, ne? Runde Nummer 4 Diesmal mit Raketenwerfer Müsst ihr Raketenwerfer auch benutzt? Das hat schon mal nicht funktioniert Ihr habt euch gegenseitig getötet Auch ne interessante Idee Oh, down Musst du erstmal gerade nochmal gucken, wie das funktioniert Okay, ist gar nicht so ein fettes Weggeballere, wie ich dachte Ja, weil das öde Camper sind Wo denn? Oh Hammerfail Wo sind die denn? Oh, Sepp Ah, toll Das flog aber witzig Wo sind denn die? Ja, das ging ja selbst mit den Schilden mehr ab, da Au, weggeholert Dann krieg ich es noch direkt ab, der ist die Fakes Am Arsch Am Arsch Dann hab ich immer direkt Muni Moi Hup Ja, genau, Gel Hoch Der war blöd geflogen Ich hab keine Muni mehr Du hast doch eine noch drauf Jawohl, nein Jawohl, nein Alter, ich krieg die ganze Zeit nur auf die Fresse, ne So, Noob Ich zieh euch die ganze Zeit nie Boah Mit deinem Dreckschild, du keiner Pisser, ey Hätt schon mit der Rakete, Junge Mal geil Ja, wo ging die denn? Ah, hoffst du jetzt hier wieder? Oh, nein Oh, Leute Da wollte ich gerade Messer Scheiße, ich dachte einfach wie die Ecke Huuuuh Pass auf Ja, Leute Aufgefasst, dass ich funktioniert Ja, Leute Oh, Leute Oh, Leute Oh Oh Ich geh mich die ganze Zeit selber, ich bin so schlecht Was hab ich denn, das zwei Kills Das stimmt doch überhaupt gar nicht Na scheiße, das Spiel ist gegen dich, Adi Kann nicht sein, Adi, die zählen falsch Am Arzt Schade Hammer, ey, wie seit vollem Führung ist Hat denn der andere Scheiße Nein Wie ich mich einfach eh immer selber kille Scheiße auf Tönserei Woh Wieso tötest du eigentlich selbst? Boah Ja, bei mir ist das das mitunterhaltsamste Weil ich mich immer dauerhaft selber fäge Da hab ich jetzt gar nicht gesehen von wo Das ist gar nicht lang schneller wegzugehen, das sieht so geil aus Hadi, was machst du da? Oh Wieso? Wo kämpft denn hier der Einer? Wo? Wo kämpft denn hier der Einer? So, ich weiß nicht, wie du in der Mitte bist Und zwar auf der ersten Etage Wie er das überlebt hat Das ist unglaublich, das ist so unfair Das ist unglaublich, das ist so unfair Das ist unglaublich, das ist so unfair Hammer Wieso hat der Dio auf hier drauf? Sepp durfte nicht Klar Sepp durfte nicht Ja, nein, dann müsstest du mich zweifern Sepp hatte null Schuss Sepp hatte null Schuss Ja, aber da war keine Waffe drauf Keine Asunition Der hatte keinen Schuss mehr Das hab ich im Video drauf Das hab ich im Video drauf Der hat den Schuss angezeigt Okay Dann machen wir das mal Nachdem ich dich gekillt hab, hab ich deine Muni aufgenommen Ja, das stimmt Dann haben wir Warte Was hab ich drauf? Das ist gar nicht so schlecht Da kann ich auch gar nichts gegen machen Mitmessen Das ist scheiße Am Arsch Wie steht's denn überhaupt? Sepp hat 14 Der nächste hat 8 Kommen wir mal dem Meister zu Der überlebt noch viel zu oft Der Meister stehst daneben Ja, und für C4 geplättet worden Nein! Boah, C4 ey, du keine Pustier 4 ist geil Kannst du überhaupt weg, kannst du Nein! Wahnsinn Wer sind denn denn noch? Die campen alle, wetten? Naja, Jay camp nicht War die schon Ich camp die ganze Zeit Boah Oho Im Arsch Oho Weggebampt Boah, scheiße, das ist ein Schild, ey Das ist noch voll langsam Nice, Jay Schön in Deckung gegangen Vollkommen beabsichtig Ah, schade Wo war der denn? Ist weg Einfach Scheiße, dachte, gar keine Scheiße Kann man nicht mit Primärwaffen spielen? Ja, Jay ist eindeutig zu leise Das ist doch kacke Warum bin ich leise? Weiß ich nicht Immer nur leise Das ist besser jetzt Dann muss ich leise sein Nein Nein Bin ich echt leise? Ja, man versteht sich jetzt Ich höre auch lauter Nice Ah, der ging drüber Nein Wer benutzt denn da die Hauptwaffe? LOL Duftest du mich messern? Das war leider fehlerhaft Ich durfte nicht Ich durfte nicht Ja, komm Ja, ich durfte nicht Du bist du Ich bin aber gefühlt Boah, Sepp ist so ein dummes Stück Scheiße, ne? Haha, wir zieht den da mit dem Schild ab Und jetzt hat er wieder Muni Und es geht auch Jay kriegt immer noch Ach, Quatsch, ich krieg immer noch einen Kill von Jay Nein Oh, sorry, Leute Ja, ist nichts passiert, Jay Ja Ja Guuuuh Ah Hopp Gegenseitig Och, Mann Wir sind alle ultra-vorsichtig Kennen wir den doch Wieso rieche ich den denn nicht? Ich... Ich finde, jetzt hat's nicht mal gestorben, nix Ich finde Hoch Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt hab ich dir nicht mal zugeguckt Scheiße Ich die ganze Zeit hätte ich nur empfehlen Nein, nee Nein Oh Oh Lol Du bist ja nicht gestorben Oh Nein Nein Du bist so dumm, ey Alter, ich krieg noch Alter, ich krieg noch Ja, nee, Adi, du hast mich mehr war für mich angeschaut Ja, nee, Adi, du hast mich mehr war für mich angeschaut Ja, ich bin nicht davon aus, wie ergeben würde ich denn wissen, dass du das bist, Mann Ja, toll, ich würde sagen, Adi, kriegst noch einen Alter, du hast dich aber gewehrt, du Wichser Ich hätte normalerweise keinen Death gehabt, also f*** dich Weil Deaths sind doch eigentlich egal, oder? Wo sind die Deaths denn egal, darf ich ja nicht wehren Ja, mach das unter euch aus So So Okay Jetzt ist vorbei Äh, Sepp, du hättest den auch nicht messern dürfen, ne? Ich hatte keine Muni mehr Ja, ich Ich hab mal daneben gemessert Achso, du wolltest den auch besser? Das war Reflex Aber glücklicherweise hab ich daneben gehalten Oh, das war knapp Ja, bin ich doch nicht gestorben Aber nein Ho, Zarr Wö, Das gewinnt ja halt War se Jo, leul Ich bin sehr äh Spannend Jay hat gut aufgeholt Noch drei Kills im Unterschied 4 kills. Und Hardy hat durch seine Camper-Taktik nicht viel gewonnen. Ok, er hat jetzt einen Kill gemacht. Oh, ist ein bisschen lauflos, sehe ich jetzt erst. Ah? Ah? Wo sind sie? Ja, genau! Oh, dein Leben geschossen! Blind! Aber geil! Geblind, ge... ge... geblindet, gekillt! Äh... Adi, weil schon das nicht noch hier von Killen wäre. So wie jetzt zum Beispiel. Anderer Meinung war mit der Sache. Okay. Schrauben wir schon raus. Loll, und Sepp stirbt natürlich nicht, ey! Ja, das wird jetzt spannend. Mal gucken, ob Jace hinkriegt. Aber er hat sich küsste! Alles klasse! Er hat einen Payflow! Hammer, Öde! Schießt den Payflow ab, Mann! Das ist Hardy! Ich hab keine Muni mehr! Scheiße, schießt den ab, Mann! Das ist ein Problem, sonst gewinnt man! Ach, das ist ein Problem? Oh, lol! Ich treffe das Ding nicht! Das war ein Treffer! Und der ist down! Nice, Jay! Hammer, ey! Der Kills schon ein bisschen nach! Toll! Das ist 5 Kills in Führung! Da ist noch was drin! 4 Kills! 110 Minuten, hallo? Darfst du nicht immer mit Leo bleiben? Ach! Was? Hardy, du bist so'n Noob! Wie alt bist du denn? Die Scheiße, immer! Ach, wie die da immer durchfliegen! Er ist unglaublich! Nice! Da zählt echt nur, wer schneller zielt! Ja! Ja! Okay! Ja, sicher! Hammer! Na gut, wär lieber Hardy halt! Wir schießen uns gegenseitig ab! Vier Kills unterschieden immer noch! Ja, genau! Ja, genau! Boah, Mann! Man! Schick! Hahaha! Und wieder gegenseitig! Mittlerweile sind's wieder 5 Kills! Der Druck, Johnny, der Druck Nein Da, Halland Ey, wieso hab ich denn immer nur noch 30 killt? Ich hab doch gerade schon nur noch 30 killt Ich hab den, ich vertötet den hier, obwohl ich den treffe, das kann doch nicht sein Hast du noch getötet? Ja, aber nicht One-Hit, Mann Gerade hast du den One-Hit-Töte Von allen Seiten Hast du den Tag getötet? Loll Jaach Wo kamen die denn her? Auf deinem Arschloch Ah M-M-M-Monster Oh mein Gott Durftest du besser? Boah, Sepp, das durftest du doch noch gar nicht Ja, ich hatte keine Monie mehr Hm, am Arsch hattest du keine Monie mehr Hab ich nicht drauf, aber Da, da muss man mal Das Wort nehmen Alter, du schierst doch denn nicht, ey Du bist so ein scheiß Schildspicker, ey Wie läuft denn der an dir vorbei? Und dann wirst du dann Oh mein Gott Der, der sieht mich irgendwie auch nicht Ja Ich wollte, da trifft er mich noch Alter Ja, genau Boah, du bist so ein Noob Halt da mal dein Traum Das sind mittlerweile 8 Kills Unterschied Nach 5 Minuten Da bin ich hin Schauen wir den Oh, der Aufholer hat verlandt Oh, kein Uni Ja, richtig Alter Eigentlich wird es voll perfekt da oben stehen, ey Da kriegst du dich dann noch Schüttchen Schüttchen Boah Nice Nein, dass ich so klar Ob den drauf schieße und der nicht läuft Müll sich den Kappertreffer hier starten, oder? Boah Boah Das fand ich gut Das sieht schwer aus 11 Kills mittlerweile 12 Ja, genau Nein Ach, da tut sich jetzt nichts Oh, der ist nicht da Oh, der ist weg Das ist voll die geile Sehr gut, Jay Wir sind fast nicht getroffen, ne? Alter, wir sind nicht verarschen Jay ist so verwirrt Das hat sich nicht geschehen Ah, sehr gut Sehr gut Alter, Sepp ist so ein Fickgesicht, ey Das hab ich fast überlebt Viel cool Wie cool Boah Boah Uah Boah Ich schaue, na, ke ja ja es ist das kann nicht ich hab ich den jetzt wohl noch ich hab mich aber auch am Arsch er wird genau das ist für uns ja, dass ich nie da treffe Alter, ich geh nicht mehr wo bin ich? das ist doch toll ja, das war ja laut auch Moni oder ein Opfer nein, da war ich noch nicht richtig gemacht boah, wie der da nicht stirbt auch in der Seite von dem Einstieg was läuft der denn hier rum? Tito 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 Die letzte Minute, ach, 10 Kills. Ja, Hadi, jetzt noch? Klar, auch nur nicht. Ich glaub, es kommt der Helikoptership, wenn der Gewinn hat. NICE! Aber so ein bisschen zu schnell. Deine Mutter. Was ist da oben drin? Da ist ne AC drin. Ist so. Wenn ich zu sagen, dass den will ich den aber noch haben. Ja! Ja, nein! Da kommt drunter drin. Da kommt drunter drin. Oh, mein Gott. Ich mein, bin ich letzter. Alter. Boah, muss ich übel pinkeln, ey. Ey, Jay, woher wusstest du, dass da ne Konzertrunde drin ist? Weil ich da nicht war. Das ist hier auch geholt gerade. In meinem Pinkeln. Alles klar, das war Runde 4.